Musik Mein Name ist Georg Pfeiffer. Ich habe Schweinehaltung hier am Hof. Ich habe mich seit letzter Zeit mit dem Wasser auseinandergesetzt, habe auch für das Brauchtwasser ein Haus eingebaut, um gesünder zu leben letztendlich. Und da ich für meine Schweine Brunnenwasser habe und das relativ sehr kalkhaltig ist, habe ich mich für diesen Aktivator entschieden. Und gehe davon aus, ob das Gefühl, dass die Schweine mehr Wasser aufnehmen und auch gesünder sind letztendlich. Ja, ich habe diesen Aktivator auch eingebaut wegen diesem kalkhaltigen Wasser. Der Kalk löst sich leichter. Selbst beim Reinigen vom Auto oder vom Schlepper, wenn man da gleich nachreinigt, kalk ist, wesentlich leichter zu entfernen, was ich davor nicht gehabt habe. Ja, Pflanzen habe ich noch, die ich mitgieße. Da merkt man sich, merkt man, dass diese Pflanzdruckhübel, wo das Wasser drinnen ist, diese Eigensicht lösen mit der Zeit. Braucht natürlich seine Zeit, das ist ganz klar. Aber dieser Effekt ist auch vorhanden. Ich habe den Aktivator seit einem Dreivierteljahr drinnen und kann bestens dieses Gerät weiterempfehlen. Ich habe den Aktivator, der Freimator, der Freimator und der Freimator, der Freimator abgate. Untertitelung des ZDF, 2020